Ich habe lange überlegt, was nehme ich für eine Abdeckung für meine Triplexmäher. Die müssen nämlich raus. Ich brauche meine Garage. Ich will da drin arbeiten und ich will meinen Abda reinstellen, damit ich jeden Morgen kratzen muss jetzt im Winter. Also müssen meine großen Rasenmäher raus. Ich will die nach hinten stellen. Einen Mäher habe ich schon hinten hingestellt. Und der Toro kommt jetzt auch noch dazu. Ich habe meine zweite Abdeckhaube gekauft. Das ist für einen großen Quad. Und das Zeug funktioniert wirklich gut. Dann will ich die Batterie noch rausbauen und hier in die Garage stellen, um sie kontinuierlich zu laden. Dann hoffen wir mal, dass der nächste früher wieder frisch und munter anspringt, der Mäher. Ja, mein Johnny ist hier schon unter. Das wird jetzt alles so ein bisschen eng hier. Ja, muss ich euch mal zeigen. Wir haben unzählige Säcke mit Laub. Alles voller Laub. Das ist das erste, die Daub. Das ist der erste, die Daub. Schutzbrille-Warpops-Handschuhe. J-Aahhhhhh! Ah! Ja! 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 Hatsi! Yeah! Ja! So! Ja! Das geht ja! So! 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 Das war das Freaks! Eingepackt! Toro! Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak! Tschüss! So gut wie leer! So! So! So!